Okay, was suchen wir? Was suchen wir? Wir suchen... Was ist das? Marienkäfer. Was noch? Vögel. Was noch? Was noch? Gregor, was suchen wir? Baum. Was suchen wir? Spinnennetz. Und? Sonne. Was noch, Tim? Wolke. Ja, was noch? Was ist das? Eine... Ameise. Ameisen suchen wir. Was noch? Das ist Tanne. Es gibt Tanne hier herum, ja? Dack. Nein, Dack. Was ist auf Deutsch Dack? Eine Ente, ja. Was suchen wir? Biene. Schmetterling. Was noch? Stimm. Eiche. Hörnhäns. Eichhörnhäns. Was ist das, Mat? Katze. Spinnen. Und? Blumen. Blumen. Okay, jetzt schnell suchen. Sucht bitte. Was seht ihr?